Musik Musik Wir freuen uns sehr, dass wir das Schlossparkturnier in Wickrat hier in der wunderschönen Turnieratmosphäre am Schloss Wickrat machen können. Die Naturtribüne mit den Bäumen hier rundherum ist einzigartig in Deutschland und wir haben schon seit vielen Jahren die Ehre, hier das Turnier veranstalten zu dürfen. Musik 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 Wir versuchen mit dem Schlosspack-Turnier ein Event herzustellen, in dem Spitzensport in Kombination mit familienfreundlichem Ambiente einhergeht. Wir versuchen für die ganze Familie Angebote zu haben, Shopping-Angebote und auch unsere Kids World mit verschiedenen Attraktionen und eben Top-Sport in den Disziplinen Dressur und Springheiten. Dankeschön, Sanktum NRW, Isabel Werth. Es ist halt eine besondere Atmosphäre, deswegen kommt man gerne hierher. Die Leute sind super nett und es ist alles sehr unkompliziert. Die Organisation klappt hervorragend. Zum Beispiel wird das Viereck innerhalb von zehn Minuten abgebaut und schon steht ein neuer Parcours da. Es findet ja alles auf diesem hervorragenden Boden, auf diesem Platz statt. Das ist schon besonders, das ist schon toll. Das ist schon so toll. Untertitelung des ZDF, 2020